so eine wunderschöne guten morgen liebe freunde hier ist wieder das leben von der renn von der von mein hof wie auch immer so ja es geht hier weiter aber ich möchte erst einmal runter zum see oder zum ozean besser gesagt bevor wir hier ja den ruf weiter machen denn die pflanzen gießen hat ja noch zeit aber ich möchte aber erst mal gucken weil es sich ja in der letzten ausgabe wenn man irgendwann am frühen morgen zum ozean oder so geht dann könnte man vielleicht auch ein oktopus fangen da bin ich gespannt ob das möglich ist so ich gehe mal hier auf diese seite hier geht auch ein step weiter hinaus vielleicht haben wir ja glück und fangen irgendwas gutes nur köder haben wir keinen moment aber er gibt mir abwärts geht wieder abwärts sein dringendlich so hoch und auch immer her man war doch schon fast oben was haben wir denn da ein rotbarbe naja das ist aber kein oktopus ödipus philipus drame schwarzer und hier ist der wo der springt einmal der erst nach oben geht und dann sofort wieder runter das ist dann gemein wer geht da oder wer kommt da ja auch kaum seetank der seetank hat genügend getan los kommen wir aber und springt nicht so hin und her ok und war da gibt es kein kein oktopus oh nein ja klar wieder springt dann wieder mal naja warte mal ach jetzt ist er weg haben wir das versorgen vielleicht man müssen noch ein boot bekommen können mit dem boot ein bisschen rauspacken ach ja ohne dose ok kann man selber trinken die dose oder verschenken irgendwie auch immer was denn jetzt wieder sehtan ach man ach da sind keine krank gott sei dank ja ja das kommt hier oh alter was war denn das der war ja gesprungen mit einem Gummiball boing büb boing büb boing büb boing büb boing büb boing büb ne kapolete wehh ich konnte weder hoch noch schnell so runter beziehen wieder ein rotbar oder rote barbe naja dann war es nicht bis hier am morgen ist aber schon wieder mit der strich wieder wieder hoch und runter geht du bist ein wahnsinnig dann immer wieder mal so schwer ja komm mach hier wieder klick ja jeder man so komme ich doch gar nicht hinterher das ist ja echt gemein so einen kriegen können wenn der so hin und her springen und dann noch so schnell ja ich würde sagen wir kommen runter und barbe hoh neuer rekord 41 cm ich weiß auch was noch einer für ach nee gar ein maximum haben wir rausgeholt ja buntbars 48 alter die werden immer länger gut kommen wir einen haben wir noch einen haben wir noch da müssen wir bei uns da den dings machen bevor es dunkel wird sonst sieht er ja nichts mehr haha wo geht der fackeln aufstellen komm ja küll da auch und was ist drin ein köder Okay. Gut. Das war mal ein guter Fang. Ich brauche keinen Köder zu kaufen. So dummer Köder. Da ist wieder eine Koralle. Da ist noch eine Koralle. So, dann gucken wir noch mal. Hallo, wer bist denn du noch mal? Ich kann mit. Eliott, genau. Andreas, du siehst verdutzt aus. Nee, wieso? Die warme Sommerluft kann uns alle ein wenig schwindelig machen. Ja, vor allem wenn ich dann die langen Haare sehe. Typi. Haha. So, ups. Ähm, huchte eins, geht in die Bar rein. Zerbrochene CD im Müll. Äh, dürft ihr denn nur dran fahren? Ruhetargets und so weiter. Heute hängt hier nix aus. Ja, toll. Äh, nix. Ach, der Guss. Der hat am Montag den achten Geburtstag. Okay. Äh, der Guss hat also dann am Montag. Gut. Dann gehen wir wieder zurück. Dann gießen noch unser, äh, ja, unsere Produkte. Da geht immer noch mal. So, einmal hier, einmal da. Dann die Langdinger. Hups. So, da auch noch mal. Da sehe ich eine Pepperoni. Eine ist schon was geworden. Juhu. Eine Pepperoni sagt dir die Froni. Ähm, und das Gelbe soll auch was sein, was ich gepflanzt habe. Ich warte noch mal ein paar Tage da. Ähm, bis da was kommt. So. Oha. Ähm. Lass noch mal sehen. Die Gelbe, die gibt mir 13. Äh, die Gelbe. Die Dose gibt mir 13. Naja. Äh, also. So. Und Pepperoni. Auch 13. Naja. Aber die hebe ich mal auf. Vielleicht kann man damit ja auch noch was machen. So, wir haben den Rotbars. Wir haben Buntbars. Die geben mehr. Ja. Äh, Köder. Ach, das ist die Köder. Ja, genau. Nein. Ich mach die Kanne erstmal wieder voll. So. Und dann verkaufen wir einfach mal was. Die Zitter sowieso nicht. Äh, 10 Köder haben wir da wo. Äh, Koralle. Genau. Ähm. Gut, bei Gunther war ich jetzt heute nicht. Ja, muss ich da morgen hingehen. Ach, okay. Äh, Buntbars. Vier Stück. Eins, zwei. Zwei behalte ich. Die geben gut Energie. Okay. Äh, der Seetank kann weg. Da verkaufe ich auch noch mal einen von. So. Und die Dose. Mach was, die kann weg. So. Ähm. Ja. Ja. Das ist das. Ein bisschen Zeit habe ich noch. Aber. Hm. Ähm. Ähm. Ich mach erstmal hier das Grünzeug weg. So, dass wir irgendwann später auch nochmal hier was machen können. Ähm. Ähm. Gut. Man hätte auch, nachdem man wieder was gekriegt hat, was kaufen können. Aber. Hab ich jetzt auch nicht dran gelernt. Äh. Und ich glaube, der hat jetzt auch nach 18 Uhr zu. Ne. Der Laden. Wupp. Muss ich dann am nächsten Tag da was kaufen, wenn der es dazu hat. Weiß ich jetzt nicht genau. Gut. Ist aber keiner da. Rucksack Verbesserung. Rucksack Verbesserung. 10.000. Ne. So viel haben wir noch nicht. Okay. Ja. Der ist nicht da. Da 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 da. Alles klar. Alles klar. Der ist nicht da. Gut. Denk an diesen Tag was einkaufen. Ja. 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 Das kann auch ... Hallo Katze. Ja. Dann würde ich sagen. Hau ich den mal um. Das kriegen wir ja noch hin. So. So. Und so kriegen wir auch dann wieder schön Harz. hier ein bisschen was getan und die räume nicht der pflanzen wir mal gucken wo ich hin machen kann gut aber da ein bisschen was geschafft diesmal nicht viel wir haben hat ja ja ein paar verkauf ich davon ich mache mal hier ein damals vier stücke verkauft immer so die geben gut energie den behalten den behalten auch holz haben wir immer mit 400 so dann gehen wir hier und dann gucken wir mal was wir da an thalas bekommen oder ich tue mal den rest hier in die kiste rein oder mal was brauchen wir erstmal den brauche ich hier das ganze essen da sozusagen holz pepperoni köder kann ich mal mitnehmen so okay das ist das und 22 uhr wir gehen naja so dann gucken wir mal sammeln 180 die für 304 holz haben wir 37 verkauft 74 okay da ist ein ufo dann haben wir den rotbarbel zweimal oder 86 83 bundbar und koralle ja gut kommt jetzt noch irgendwas wo verbessert wurden gut liebe leute dann sage ich danke fürs gucken und dann alles noch wie immer hier 22 4 3 ok kämpfen bis noch nichts gekommen wo so dann erst mal danke für heute fürs gucken und dann bis zur nächsten folge bye bye